Voll, sehr gut. Lass du gar in den Goldschrauben rein. Ja, Opfer. Muss man auch mal einfach, äh, einfach aussprechen, was man denkt. Was ein Opfer. Ich check das nicht, ich schwör's euch. Ich schwör's euch, ich check das nicht. Warum? 85 Minuten gespielt. Du liegst 6-1 hinten. Da gibt's auch, da gibt's für mich nicht mal ne Argumentation, so. Das Spiel ist zu Ende. In 5 Minuten kannst du unter die warme Dusche. Mimimi. Bruder, Erkan Kummer, ich bin selber ein Spieler, der sehr, sehr hart spielt. Und auch der Letzte ist, der so irgendwie rumhäut. Aber selbst ich sage auch, so bei Freundschaftsspielen oder so, wenn wir gegen Teams spielen, die so ein bisschen die Liga unter uns sind, Bruder, wenn's in der zweiten Halbzeit 4-0 für uns steht, dann bei allem Respekt, das soll auch null überheblich klingen oder irgendwie herablassend und ja, jeder will gewinnen und jeder soll auch sein Bestes geben, aber die Gesundheit steht am Ende im Vordergrund des Spielers. So. Sorry. Also, es ändert sich, der Spielstand ändert sich nicht durch deinen Foul und am Ende verletzt du noch einen, der am Wochenende dann Liga-Start hat. Also, sorry.